Yes, hello, 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 KevKev hier, the Audacity-Aufnahme from Rainbird is broken. Meine Jungs mögen nicht die Hellsten sein, aber mit euch nehmen wir's noch auf. Vielleicht sagt der Lass Spindraht das. Yes, maybe he says that, but the Audacity-Recording from Rainbird is broken. So KevKev is here and I'm making... Das kann alles sein. Yes, everything can be. And I'm making this episode in English as usual. Ja, wir müssen vielleicht sogar als erstes... Wobei, wir haben ja noch 50 Minuten diesen Kackvogel an uns kleben. Yes, he just said, we have this shitbird, 50 Minuten, glueing to us. So we can... I think we are going to the golden street. Okay. Okay. And then to the quest... Is he... Where, what is he? Ja, ich hab's grad mal benutzt, jetzt is er weg, aber... Yes, yes, that's perfectly normal. If you use it, it's gone. It's perfectly normal. Ja, aber das hat jetzt Abklingzeit, ne Minute. Yes, yes. The Cooldown. Weil, äh, deswegen. Yes, yes, because it's so imbal. Ja. Yes. Yes, there you see, we are on the gold street, and we are going to go to the quest operation. Yay, ja. Mushroom culture. Yes. Pantipo is very happy. If you want to hear what Rainbird is actually saying, you have to go to Pantipota's channel and watch the video there. Yes, not V. Ach so. Yes, okay, you got it, yeah? You... Nee. No. You have to go to the channel of Pantipota. He has something like you here. And there you can hear... Nee, machen wir nicht. Oh yes, yes, you do that. I must never as E here hin. Yes. We have to go there to the Raptors. Heh heh. It's funny, yeah? I'm funny, I know. I'm funny and I know it. No, you go to Pantipota's channel and watch the video there. There you can hear Rainbird talking. Here on this channel you hear Pantipota and KevKev talking. KevKev is me. I'm the... I'm the pro gamer, also in WoW pro gamer. Yes, as you can see... Yes. Yeah, mach das mal. Yes, I do that. Holy, holy pain... Being casted by Gnaxi, which is a fucking awful name. Was ist richtig? Yes, I know, it's right. What? It's just an awful name, right? I'm so gespannt, ne? I'm so excited, ne? I'm already having to go to the mouth now, because I have to go to the tank. Oh, yes. Oh, we are talking about going to an instance. No, we are not. I thought we were talking about... Ich bin hier. Ah, there you are. I wasn't asking where you were, but... Wir müssen hier die Sonnenschuppenfedern sammeln, ne? Yes, the Sun... Hast du schon eine? Oh, ich hab eine. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt zu den Nestern, ne? Yes, wir müssen jetzt zu den Nestern, ne? Yes, wir müssen jetzt zu den Nestern, ne? Ich bin blind, ne? Nein, ich bin blind, Mann. Ich bin es. Rainbird is blind. Okay, I guess that. Du bist du es. Yes, I am. I'm Kev-Kev. Yes, you know me. Ja, ich glaub ein... What? Ich glaub eins von den Nestern hab ich nie gefunden. Oh, why not? I know where it is. Nie, in meinem ganzen Leben. Oh, it's too bad. But I think Rainbird also knows where it is. Ja, aber ich glaub das kann man nicht mehr. No, no. Und stirbt ja unter Level 50 nicht mehr. Ah, yes. But Rainbird died. Ach ja. Yes. Ja gut, du hast auch ein Level 90er angegriffen. Das ist nicht so schlau. Yes, that was very stupid from Rainbird. Zu Hause nicht nachmachen. No, no. Don't make it after at home. No, no, no. Ja, genau. No, no, no. Ähnlich, aber anders. Yes, yes. I will take a sip of coffee now. Rainbird wouldn't do that, but Kev-Kev ist drin. Yes, yes. Yes, yes. Äh, cheers. Super, dann haben wir jetzt schon alle Feder. Weil ich hab zwei und du müsstest ja auch zwei haben. Ja, wir brauchen drei. What a nice coffee. Das ergibt? 7.5. I guess. 7.5. You see? I don't know what I calculated there, but I calculated right. Stop talking, interfering with me, Pantipota. Das weiß ich nicht. Why, why don't you know that? Du bist der B.O.W. Nerd. I, 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 yes. Rainbird is a nerd, but not so much as you, Pantipota. Please remember that. Ah, yes. You see, we are visiting the nests. I don't really know why, why we have to do that. Mit Sicherheit. Es klingt zumindest sehr, sehr schön. Yes. Oh, yes. He's talking about the word Reminiscence in German. Doch, das gibt's bestimmt. Sonst hast du es halt erfunden. Yes. And Pantipota is going to be a German teacher and he does not know if the word Reminiscieren is existing in the German language. Ja, das mag sein, aber das weiß ich nicht. Why does, I don't know. Why don't you know? Tell me. Nö. Wer sagt das? Yes, you, you say that. Ich werde übrigens Deutschlehrer. Habe ich das schon mal gesagt? Yes, I also said that. There is the last nest. You go this way up. Yes. Aha. You got it, yeah? You got it. Okay, okay. You got it. And I can smell a level up. Damals. No, not, no. Not back then, now. I think one more. So wie bei Hohecker? Yes. Oh, we are talking about why are there no dots over the E in the German word Duell. Ich habe noch zwei Balken. Ich muss noch 10% machen. Yes. Here are the empty tentacles. It gets a shadow tentacle from the ground. I've seen a tentacle. Psycho-schrecken and thought mind control. Psycho-fear. Get a psycho-fear 10 seconds on the place standing. Don't laugh at me. I'm so nervous. And all mind control. All empty tentacles. All mind control. I take the mind control. No, not I. I would take the mind control, too. Yes, yes. But Rainbow takes the mind control, too. I'm sorry, I'm not so nervous. Ja, hast du 10% gemacht durch Blumen pflücken, weißt du? Yes. He actually did that. Durch vier Blumen oder so. They have to burp. Yes, he did that. That's what he did. Ja, genau. Yes, yes. It's 100 XP per flower. Ja, wahrscheinlich war ich noch nicht. Ja, toll. Oh, yes. They can't go in the dungeon. Sir. Ja, ich bin halt. Because Pantipota is a loop. Ach, ja, die haben ja viel verändert. Die haben ja viel verändert. Yes, yes. They changed a lot. Ja, wir machen aber Zufall, würde ich sagen, weil dann kriegen wir noch derbe Extra-Belohnung. Das ist eine gute Idee. Ich denke, wir tun das. Dann kriegen wir nämlich Equipment. Ja, das ist heiß. Some Equipment. Gehen wir jetzt erstmal den Vogel wegbringen, oder? Ja, ja, wir bringen den Vogel weg. Also zu zwei. Tongas Augen. Ja, Tonga. Tonga Eis. Tongas Eis. Super. Da war die Pantipota wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Aber bei mir steht immer noch 43 Minuten. Ja, 43 Minuten. Obwohl ich ihn gerade neu beschworen habe. Auch auf Rainbird's screen. Auch 43 Minuten. Und ich denke, Rainbird ist bald versucht, seine Mind-Control, die hier verletzt wurde. Ja, das ist gut. Und jetzt sind sie in großen Trouble. Nicht wirklich in großen Trouble, aber... Und da ist er ein Kalka und er schlägt. Jump, 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 jump. Und Rainbird forgot to help the Pantipota because he was being attacked from all sides. And Rainbird is trying to attack, but he does not make much damage. Oh, wir haben doch... Das ja... Das läuft ja gerade. Oh, there comes a Raptor. Ah, sie ist Kalka. Zum Glück habe ich drei Haare auf der Brust. Yes, and you are a bear. Three hairs on the chest, a bear. Ah, ah. Did you see that healing? One flash healing and he is fully healed. Wahrscheinlich reicht das Schild. Der Schild is the right German article. Ich überlege gerade. Yes, yes, yes. I know. Ich glaube, wenn es wirklich so ein... Aus Metall ein Schild oder aus Holz ein Schild ist, dann ist es der. Aber... Ich glaube, das ist ein magisches Schild. No, no, no. Wie heißt es denn? Das ist nicht richtig. Ja, super. Das hilft uns weiter. Yes, es ist Power Word. Schild. Ich weiß nicht, was Aya ist. Aber auch wenn es... Auch wenn es... Das Schild wäre, hieß es mit einem. Ja, das ist richtig, ich glaube. Ah, ja. Gut. But now they found out that it is their Schild. Ich wollte ja gar nicht widersprechen. Ich wollte es nur kritisieren. Always criticizing me. Always criticizing me. And now he is... We will try the mind control again on this Raptor. We try to control the Raptor. Which works... Jetzt greifen wir das Kodo an. Now we want to attack the Kodo, but... It's out of reach. Yes, and the Raptor is going for Gnaxie. Und ich meine, früher gingen nur Humanoide. Yes, that is true. That is true. That is so true. Na komm, wir bringen jetzt mal den ollen Vogel. Yes, yes. Kein Bock mehr auf deine Spielentien, wollte ich sagen. Also Spielentien. What are you saying? I don't understand, Pantybutter. Ich halte dich mal. Yes, hear me. Kein Heal. Ja. Hast ja keine Erste Hilfe geskillt. Yes, yes. We did not skill first aid, because he is a Druid who can heal and I am a Priestress who can heal. Ich hab alles. And the Druid can also revive. Heißt, wenn der Heiler gleich stirbt, dann... Yes. And now I am complaining that the group will say that the Priester is a shitty healer and that the Druid should heal. Ja, dann sag ich... Geh weg. Then he says, go away. Bitte. Please. Ich hab mal, äh, als ich mit nem Kumpel re-rolled habe, da haben wir auch Tankheiler-Kombi gemacht. Und dann, äh, haben wir regelmäßig die Leute aus den Gruppen gekickt, wenn es uns nicht schnell genug ging. Das... Oh, den brauche ich. Oh, ich trinke Koffi, sorry. Ja, stimmt. Yes, of course, it's right that I was trinke Koffi, because, yes, I know it and then I... Just because that I say it, you know. Zaubern ist auf einer Stufe mit Gier. Ah. Diesenchant ist on one step with, äh, greed. That's what he said. That's what she said, that what... Müssen wir denn hier hin? Ach, guck mal, links wär'n Weg. Ah. Rolls are for pussies, äh. Für Dovies, ja. Yes, for, for Dovies. That's what I said. Das Ding ist, wenn wir jetzt eine Innie machen, sind wir wahrscheinlich schon viel zu hoch. Weil wir bestimmt sieben Level abmachen. Machen wir ab, ne? No, let's... No, no, let the Levels on. They don't make them, äh, up. Ich weiß nicht, aber wir werden ja bestimmt da ein bisschen EP hinterhergeschmissen kriegen. Und now I... Rainbird made the big mistake to... Oh, ist der Vogel? ...put his bird away. And Pantibuta makes the same mistake. Oh, ich auch. Wir sind so... They were so stupid. Warte, da steht unten links. Tongas Adler gibt einen Schrei von sich und kreist dann in Richtung der Bergspitze. Yes. He would be flying around if both of them did had not put them away. Yes. That's what we have to do. They have to do that, I mean. I don't know why I always think I am rainbird. Ich hoffe, oder du hättest einfach warten müssen. Yes. Or you could have let your... Oh Gott, von Ratchet. Yes, Ratchet. In my language... It's Ratchet. No, no. Nö. No. Bin ich nicht. Why not? Why don't you want the Rattenscheiße auf English? Rattenscheiße... 3%. Yes, 3%. 3%... 3%... 202 EP. Yes, yes. 2 Blumen praktisch. Yes, yes. 2 flowers. 202 Experience Points. So, now I summon the bird again. Tongas Führer, beschwören. And the bird is flying away. I don't get this quest at all. I don't know. I don't know. But he's flying and flying. But mine just stays just in the garden. Yes, yes. Well done, make a look over the land from here. That's what the ghost said. Jeric High Mountain. And now, for the exciting part, we will be going in an instant. Erhöht Bewegungstempo um 15%. Ist schlecht, weil, äh, dann weinst du. Yes, yes. Ja, warte halt. Oh, sorry. Wir nehmen eh sofort... Warte, ich drück mal auf Ablehnen, weil wir sind eh sofort drin, schätze ich. Teleportiert den Druiden bis zu 20 Meter vorwärts, aktiviert die Katzengestalt und das Bewegungs... Ja, ich bin nämlich eine Phasen-Bestie. Oder wilde Attacke verleiht abhängig von der Gestalt eine Bewegungsfähigkeit. Humanoid fliegt zur Position eines... Oh. Oh. Wow. Bärengestalt ist Charge. Ja gut, dann, das müssen wir ja nehmen. Da haben wir ja, haben wir ja keine Wahl, nicht? So, was, äh, was, äh, guck mal hier, ich kann das. Wow, that is amazing, that, 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 that is, äh, look at my horse, my horse is amazing. So, dann mach mal. Jetzt, jetzt bist du wieder gut genug, ja. Yes, and we are going in the... 3000, das ist ja nur ein drittes... Random Dungeon. Dann, und dazu noch die Inni, das sind dann... And... Ja, danach gibt's wahrscheinlich weniger. Oh, guck mal. We are already ready. Ja, das ist ja. Tank and heal is very, very good. Ja, ist doch egal, wir sind... It's Ragefire. Yes, Bonky Bonner, it's Ragefire. Ach, die Quest gibt's ja jetzt immer am Anfang, das ist ja toll. Ragefire with, äh, Shaman, Warrior... Oh, Leute. Äh... Äh... Schurke... Oh Gott. Äh, Rouge. Ein neuer Feind. Sammelt fünf verderbte Insignien von Kultisten. Und ein anderer Druid. Richtig. Und noch zwei Quests. Töte Adarok und Nagma und... Und... Save five Watchers from the Kronkorken in the Ragefire. Richtig, so sieht das nämlich aus. Und the... Ich werde wahrscheinlich nicht Agro halten können, weil die haben alle hier Level Gear. Yes, you can see they all got their hair looms. Something in their hair. Aber ich, äh, werde mein Bestes geben. Yes. And I already know, how it's going down. Meinst du, kann ich nochmal benutzen, ja? Yes. Their Monic is had Disconnect. Daran haben wir jetzt natürlich nicht gedacht, ne, dass alle anderen normalen sterblichen Level Gear haben. There's some orange stuff in my way. I just go through it and... Oh, it does make me some damage. I don't know why I say me, I'm sorry. Doch. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, I, I, I admitted, Rainbird and me are the same. Ja, aber das wurde, glaube ich, geändert. Yes, it would, it was changed. Ich glaube, das hat sich aber geändert. Yes, yes. Zeugen ändern sich. We, we used to be the same, but we are not anymore. Stop talking when I'm talking. Entzaubern, immer entzaubern wählen, weil dann werde ich nämlich dann direkt drangenommen. Ah, yes, yes. Ja, weil du kriegst dann zwar die, die Materialien. Aber die kannst du mir ja geben. Yes. Wenn du nett wärst. Aber Rainbird, Rainbird is nice. We all know, Rainbird is nice. There was a level up from the Druid. And you say, you see a GZ. Schwierig, ja. And one more GZ, which means in German congratulations. It would be congrats or grads if you would speak in English. Ja, Drogen halten geht auch sehr gut. Ich hab noch gar keinen Swipe oder so, da ich mehrere Leute treffe. Yes, a swipe would be with his paw. Ich hab jetzt aus Gründen 727 HP. Smack some people. Achso, wahrscheinlich hier Buffs. Ach ja, aha. Yes, yes, yes. Ich pull schon mal Al-Adabada. What are you pulling? Al-Adabada. Al-Adabada. Adarok. Adarok. Adarok is concentrating his view on Monik and starts Inferno charge. Nobody knows what that means. Der Magier steht einen halben Meter näher am Boss als ich. Oh right, it was no Mage, it was a Monk, I think. I think it was a Monk, but I'm not sure. I... So, was ist hier? Ach, Speer, die wollen wir aber nicht befragen. Nein. Score-Kron, wenn ich das schon wieder lese, bin ich gegen. Yes, yes, yes. I am also against. Halte ich nicht. No, no. Oh. I hold nothing from that. Nee, mach, mach nochmal. Saftzeug. Keine Ahnung. What? I don't know what he's talking about. I really, really don't know. Das ist ja cool. Und die Gilde ist in Englisch, hates you. You know? Wer hasst dich? Yes, die Gilde name von A-Line ist hates you. Hasst dich? Oh, das ist voll nicht freundlich. It's very, very gemein. And Pantybuta is the main tank. It's the main tank. Yes. Yes, you are the main tank, Pantybuta. You are the main tank. And, uh, A-Line says, Collective, you have to loot the mobs for the quest. Collective is the other jewel. Yes, yes. Ja, ja, ja. Ist nicht mehr P für Gruppe. Ja, genau. Yes, yes, exactly. I take another sip of coffee. One moment. Ich bin doch anders. Ich bin anders als die anderen. So nach dem ersten Boss kann man schon mal high schreiben. Vor dem zweiten. Yes, now I'm being very funny. Once I, at first I said hi. And then I say I may I switch off the bot now. Which is funny, would be funny because. Vielleicht wirst du gebannt. Yes. Because they might think I had a heal bot running. I mean, Rainbow has a heal bot running. But Rainbow has a heal bot running because this add-on you see with the green, uh, balken is a heal bot. Ja, damals vom Kartoffelkrieg, wie du immer so. So, was macht der Schattensturm? Yes, Rainbow always says the potato boar. Oh, yes, yes. Oh, das ist ja, also. Eigentlich ist es nicht schlecht wegen Sexausdauer. Komm, ich nehm's mal. Brauch eh keine Sau. Ganz ehrlich. Die haben ja alle hier. Genau. Yes, yes. Meinst du, wir sollen erklären, was Erbstücke sind? Wenn man, äh, was vererbt bekommt, dann hat man Erbstücke. Yes. That is the explanation of Hearlooms. Der Charakter. Yes, yes. I think Rainbow is explaining what it is, but if you want to see it, go to Pantipulta. I am not, I am not willing. Auf dem Server wohlgemerkt. I am not willing to explain this to you. Ja, ich hab's ausprobiert. He tried it. The troll, the other troll looks exactly like Rainbirds troll. Äh, who is it? Genau, ja. Und haben halt bessere Werte. Monique. Und die Werte steigen auch mit. Monique is the Schammer. In der Weile bis 85, glaub ich sogar. Critical Heal for 1.028. Nobody has that much life in the group, you see? Meins auch. Der Kollektiv hat 1.499. Du bist ja hübsch. Das ist ein Agma. Das ist ein... So, ich mach mal hier Berserker an. Ein big Lava-Wurm. Ist eigentlich der End-Boss, oder? Eigentlich nicht, ne? Nee, ist ja gar nicht der End-Boss. Oh, ich hab hohe Bedrohungen. Das ist ja angenehm. Ach, Monique ist gar kein Magier. Das ist ein Mönch. Yes, now Pantipulta also got it. Ich hab gedacht, wegen der Farbe so. Aber Magier haben Dunkelblau. Yes. Ach, guck mal, was für dich. Und das ist sehr schön für Rainboss. He... Guck mal. He rolls for need and gets it and he took... Es ist ein nice... Wir haben noch gar nicht alle Speer. Es ist ein nice red. Ach, da kommen ja noch Speer. Nice red. Speer. Nice red, äh... Dunkelspeer. Could you shut up, Pantipulta? It's a nice red dress. Critical Heal for 1.121. Yes, now we're talking about going naked in instances. Ja, hab ich auch grad überlegt. So, im Satz hab ich so, hehehe, das wär ich nie. Yes, maybe we will do that. Hehehe, so lach ich in meinem Kopf. Hehehe, 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 hehehe. Nö. No. No, no, no. Aber ich glaub, wir sind gleich schon durch. Also ich glaube, hier kommt gleich schon die letzte Mobgruppe. Yes, das ist wahr. Und das Video geht, äh... 2 Minuten. 2 und 1 halb. Nee, Speer noch nicht, ne? Na, ich hab grad mal M gedrückt. Ja, genau. Oh, wo bist du denn? The Magma Guard Gordo, or what? So ähnlich bist du, Annie. Ich hab ja Facecam. Hahaha. He wanted to make a joke that he looks like this guy. But it's not true. You can see it on the webcam. It's main thing. Whee! Everybody was flying in the air. And waving our hands around like we just don't care. So, das war auch ein anstrengender Kampf. Oh, guck mal, hier sind noch drei Speer. That's very good. To end the quest. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis. Ach, hier kann man direkt die quests abgeben. Everybody is leveling up here. So, pam. This is amazing. Pam. Monique wants another Dungeon, but Arlene also says yes, but Tank and Healer say bye. Tschüsschen, hoch drei. Tschüsschen, tschüsschen, tschüsschen. Would be some kind of idea. I will tell that Rainbird. Maybe he will use this. Now it's only one minute video. Yes, I thank you for letting me commentate this again. Ich hab einen mit fünf Beweglichkeit, drei Ausdauer und fünf Tempo. Das ist ja... Nobody cares, Pantipota. Really, nobody cares. Yes, äh, I will... Ist noch nicht angezogen. If everything goes as planned... Achso. Ich muss mal jetzt... Ja, ist ja okay. ...I will not be commenting any videos again. Ich entzauere jetzt direkt mal. You know? Rainbird will do that. Not, not me. So, dann entzauber ich das noch und dann machen wir Folgenende, würde ich sagen. Yes, that's right. I thank you for watching. And in the next episode Rainbird will be commenting again. See you then. Make it good. Bye, bye. Mal sehen. Bye, bye. Bis denn. Bye. Tschüss. Bye.